Es gibt Bandnamen, bei denen es schwer wird, sie nach einer gewissen Uhrzeit noch laut und deutlich und korrekt auszusprechen. Dazu gehören auch Äquilibrium. Ab einer bestimmten Uhrzeit heißt die Band nur noch Ropse. Genau. Und deswegen sitzt der Ropse hier von Äquilibrium. Applaus! Dir geht's gut? Mir geht's immer gut. Das ist sehr, sehr schön. Wir sehen ja heute Abend hier, um ein bisschen Sport zu machen zusammen. Aber vorher, denke ich, sollten wir noch ein bisschen über das Album reden. Armageddon. Jawohl. Ein martialischer Titel. Klingt böse. Klingt böse. Worum geht's grob? Also grob geht's eigentlich darum, dass die Menschheit sich jetzt abschafft und wir haben darüber ein paar Songs geschrieben. Aber nicht allzu ernst. Also die Menschheit schafft sich ab, hab das nicht genannt, weil das so nach Sarrazin klingen würde wahrscheinlich. Ne, also erstmal klingt Armageddon total geil. Absolut. So nach Wirtshaus Gaudi jetzt mal so ein Armageddon reinknallen, da sind die Leute erstmal völlig verwirrt und klingt schön. Also eine Abkehr vom Frohsehen ein bisschen hin zum Ernst, aber auch musikalisch hat sich einiges getan? Na, wir haben ja schon immer versucht gut zu mischen. Also wir haben ja im letzten Album mit Apokalypse und Flötenklang, da hast du so Endzeitstimmung und Bier trinken dabei. Die Mischung macht's. Jetzt sagtest du gerade, eine Apokalypse, ein Song damals, Armageddon, jetzt der Songtitel. Habt ihr so einen leichten Fetisch für das Ende der Welt? Na, was ist das Fetisch? Du musst dann nur Fernsehen anmachen und dann siehst du, dass die Welt am Arsch ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Leute sich ein Equi-Album kaufen, sich die Texte anhören und dann ihr Leben ändern, aber es klingt schon mal textlich erstmal geil, wenn du auch hin und wieder mal ein bisschen was ernstes anscheinend ist. Aber auch, dass du dich übertreibst. Also ein bisschen Blödsinn ist schon noch mit bei. Apokalypse, wir haben Armageddon. Wenn ihr jetzt noch mal ein Song zu dem Thema machen wollt, was nimmt er dann? Irgendwas mit Traktor überfährt Besoffenen auf Wacken. Der überlebt aber. Und das ist dann quasi wieder der nächste Mahn-Song. Ja. Schön aufpassen, wenn ihr besoffen hier überwacken, latscht. Überall Traktoren sind unterwegs. Mensch, Freunde, reiß da mal zusammen, ey. Ja, aber das wäre ja als Titel ziemlich lang. Also ich sage, mir geht es noch ein bisschen über das Wort. Also wir haben ja, wir haben ja Armageddon, wir haben auch eine Kalypse. Traktor Kalypse. Traktor Tod. Traktor Kot. Tod. Achso. Je nachdem, wo er rüberfährt, kann natürlich sein, dass ein bisschen ein Würstchen mit rauskommt. Der kann auch ein bisschen karibischere Klänge machen und das vielleicht den Apokalypse nennen. Da kommt der Tod nicht ganz so schlimm, wenn da so lateinamerikanische Flöhen irgendwo... Du. Ja, eigentlich ganz schön. Ja, aber jetzt haben wir so viel über Bier gesprochen, vielleicht sollten wir wirklich mal zum Bier gehen. Ja, mir wird langsam ein bisschen langweilig im Mund. Habt ihr ja nichts zu saufen? heat das mit dir für'n Saftglas. Da steht was. Wir haben noch mehr. Ja, Ropse ist nicht nur ein Mann der Künste, sondern auch ein verdammt fairer Sportsmann. Denn auch wenn es am Ende nicht für den Bierpong-Sieg reichte, gab es dennoch jede Menge Umarmung für Fans. Sowas gibt es nur in der EMP Backstage Club Area.